Ja, meine Damen und Herren, Motorrad ist wieder in. Mit der nun folgenden Illusion möchte ich den Beweis erbringen, dass der alte Satz Geschwindigkeit ist keine Hexerei nicht stimmt. Ich behaupte, Geschwindigkeit ist Hexerei. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020